Hey Internet und YouTube. Zurück bei Happy Whales. Rawr. Kein Piratenspiel. Bungee Jumping 2. Go! Okay. Gut, kam ich nicht mal über die Stadt. Komm schon! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, ich bin auf dem Weg nach unten. Das ist mein Ziel. Mehrere Teile von mir sind auf dem Weg nach unten. Was ist das Motto von Bungee Jumpy? Bungee Jumpy. Bungee Jumpy ist die Verniedlichung. Runter kommen sie alle. Ich glaube, das wird nix. Ich weiß nicht, hier würde ich nicht mehr bezahlen für Bungee Jumping. Es ist nicht meins. Ah, what can I do? Pogo! Ah, yes. Ah, Fitnesstime. Ah, Fitnesstime. Ja, ist das gleiche. Begin. Perfekt. Ich gebe... Na komm, ich will von ihr umstarten. Das ist viel cooler. Ja, weißt du was? Dann eben wieder mit Köpfchen arbeiten. Oh, yes! Okay, wartet. Konzentration. Konzentri... 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 Wo ist mein Köpfchen heute hin? Oh. I give you that. Okay. Good, good, good. Komm schon. Yes! Schade, hier hätte ich es eigentlich rüberschaffen müssen. Komm schon! Lass den Helm auf... Nein, nicht zurück! Nicht zurück! Das ist genau das Gegenteil von vorwärts. Yes! Bad Ass! Komm schon zum Bad Ass! Das kann ja nicht wahr sein, oder? Das kann ja wohl nicht... Das kann nicht... Mein Helm ist weg! Jetzt bin ich... Jetzt wird es schwierig. Gah! Gah! Come! Sion! Wow! Also, das war... Beeindruckend, möchte ich schon sagen. Sag einmal, du... Na! Auf dem Level brauche ich auf jeden... Oh, ne neun Zahnarzt! Jetzt! 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 Oh mein Gott! Ich bin volle Fahrt! Oh! Jesus! Wuhu! Go into the... Yes! Oh, mit Cycle ins Ziel! Halleluja! Ich mache das professionell. Nicht nachmachen. Ich bin auch für Partys verfügbar. Aber nur mit Helm. Rubswing. Koller. Bamba. Dumm. Kann ja nicht zu schwer sein, oder? Ja, ich halte mich fest. Ich versuche es so wie sonst. Komm her! Komm her! Komm her! Ja, jetzt erwische ich sie nicht mal. Wartet! Wartet! Jetzt lass los! Ich will ja! Ich will ja! Ich will ja! Ich will ja! Ah, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich will gar nicht. Nein, ich will eigentlich gar nicht. Wir kennen ja voll! Uh! Hey, kennen wir uns? Hi! Wir kennen uns nicht. Was machst du mit dem... Kind? Ich bin mir nicht sicher. Lauter bekannte Gesichter, die mich ertrifft. Hey, Baby! Schon ein Date heute? Oh no, ich bin hier schon in einer Verabredung. Mit meiner besseren Hälfte. Hälfte, ihr versteht. Mir geht's noch immer besser als ihm, würde ich sagen. Das sieht aber doch ziemlich gesund aus. Muss man schon... Na komm! Mit Spagat, mein Freund! Jetzt brauchst du keinen Spagat mehr. Victory! Das sind Dehnungsübungen. Wollen wir nicht unbedingt. Mind your head. Make sure Timmy dies. Ähm... Für mich ist das noch immer... Timmy! Oh! Ziel erfüllt! Ziel erfüllt! Wartet! Jetzt! Jetzt! G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G! G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G! Nein, das war so knapp! Echt mal, dass Fahrrad schafft. Das kann ich nur mit dem Fahrrad spielen. Oh ne. Die Leute da rum. Shit! 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 Oh, Gott. Oh, 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 oh! Awesome! Timmy!!! Yes! Yes! Das zählt, YouTube. Das zählt. Das zählt. Ramp of Death. Mit dem Süßigkeitenwagen. Und die Einkäufe. Krieg ich da wieder... Krieg ich die zurück? Rabatte? Ja, gebt mir nur die Sticks. Ich steh drauf, wenn ihr mir die Sticks reinschmeißt. Ich würde sagen, das ist trotzdem Ziel. Ihr könnt mich mit Pfeilen bewerfen, wie ihr wollt. Auf die stecke ich dann meine... ...mein Fleisch. Dann habe ich... ...Fleischstecks am Grill. Na? Am Spieß nämlich. Dann halte ich mich selber am Grill. Yeah! Oh! Du hast ganz schön abgenommen. Aber nur bei den Beinen. Okay, jetzt aber. Ein Versuch noch YouTube. Lass den Kopf nicht hängen! Da kommt echt nichts mehr an. Okay. Gut. 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 Was kann passieren? The Assassin! Find a real man and kill him. Can you discover him? Damn it! Warum ist der... Damn it! Du bist es! Was macht ihr zwei Pfeil? Ja, gib mir Deckung. Gib mir Deckung. Ich muss hier vorbei. Perfekt, perfekt. Könnt ihr dieses Geräusch aufhören? Wartet, 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 wartet. Ich brauche Anlauf. Und go! Perfekt. Was ist hier? Oh! Du warst es nicht? Oh, God! Oh, my God! Oh, no! Mein Helm ist weg. Jetzt bin ich verwunstbar. Lass mich hier rauf. Lass mich zuerst hier rauf, bevor du... Ah, ah, ah. Jetzt sei lieb. Jetzt sei lieb. Ich wollte nur noch auf Nummer sicher gehen. Oh, God! Hallo? Aha. Perfekt. Mir geht es sogar noch ziemlich gut. Das ist nicht mein Herz. Das ist nicht meines. Ich habe nämlich keines. Oh! Oh, God! Nein, 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 nein. Das ist nur ein Schwert. Komm, zieh es raus. In der Luft. Ah! No! Doch! Garg! The War Car Rocket. Space to start. Please go slow. Okay, kein Problem. Very slow. Perfekt. Uh! Kann ich die Autosaule haben? Das ist ja besser wie das Batmobil. You gotta fly. Press Space. Das hat ja schon mal wunderbar funktioniert. Na ja, man fliegt ja auch nicht mit dem Auto. Hallo? Press Space. Jetzt. Er sitzt so gelangweilt drinnen. Dabei kannst du hier Leute abschießen. Verdammt, dummer. Oh, das ist für mich, das ist für mich tagtäglich immer das gleiche. Leute überfahren, umbringen. Das ist boring. Ich will mein Leben ändern. Ich will... Okay, ich mach selbst Batmobil. Hmm, okay. Oh, no. Puh. Ich will nicht schon wieder. Okay. Gut, gut, gut. Du brauchst nichts sehen. Ich mach das für dich. Okay, das funktioniert dann nicht mehr. What? Was hat jetzt getütet? Ich glaube, ich hab den Computer zerstört. Dieser PC vernichtet sich innerhalb von 10 Sekunden selbst. Oh, mein Lack! Wunderbar. Nicht nur dein Lack, mein Freund. Der PC wird jetzt eine Atombombe. Ja klar, eine unsichtbare Wand. Was war doch das? Oh, GTA 5. Trevor, my first GTA 5. Trevor! Das kann doch nur was Gutes bedeuten. Enjoy the view. Trevor Phillips Industries. Okay, jetzt go. Go. Ich befehle dir. Ich befehle dir zu go. Go. Äh, keine Control. Irgendwas tut sich hier. Forward. No, no. Zurück. No. Okay. Gut. Was muss ich? Was muss ich tun? Rückwärts fallen. Natürlich. Natürlich. Trevor fährt niemals vorwärts. Woho. Woho. Was ist das Madness? Restart Level. Ich muss zurück. Okay. Enjoy the view. Let's go. Ja. Nein, nicht. Perfekt. Perfekt. Sollte. Jetzt stabilisieren. Stabilisieren. Das ist das Gegenteil von stabilisieren. Ja, was? Ich brauche noch ein erfolgreiches Level hier. Hamburger Time. Oh, und ihr wisst, mit wem ich das spielen muss. Mit. Ja, sie ist auch dabei. In meinem Lieblingsfahrzeug. Yay. Ich habe jetzt gejubelt. Yay. 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 Oh mein Gott. Ich bin im Paradies. Besser als mein Einkaufswagen. Auf was ich, wenn ich meinen Wagen aufesse. Das ist natürlich gefährlich. Ich sollte nicht. Mann. Geil. Aber es ist so verlockend. Ah, okay. Die Räder werde ich nicht essen. Das sieht aus wie Gemüse. Das ist Zucchini-Räder. Komm schon. Komm schon. Ja. Du. Ja. Ein bisschen angeben. Perfekt. Oh, perfekt. Oh, Jelly. Gitter ins Pudding. Okay, jetzt kriege ich echt Hunger. Nein, nicht. Oh, du hast sicher noch mehr zum Essen im Magen. Alright. Danke fürs Zusehen, YouTube. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Tschüss. Untertitelung. BR 2018